Yo servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute heute gibt es mal wieder eine Reaction, wir reagieren auf Capital Bra, Capital ist am Start, Makarov Complex 2 Producers, das ganze bei Bizarre, Jorkav, BKs und Codex, denke ich mal spricht man es aus, Makarov Complex 2, ich bin unnormal drauf gespannt, vor allem auf das Video, weil ganz CB7, komplett CB7 haben wir reagiert und hochgeladen habe ich alles, check gerne alles ab, jeder Song, und hier habt ihr gesagt, reagier mal drauf, wenigstens noch auf das Video, mache ich sehr sehr gerne, bin ich sehr sehr, freue ich mich auch sehr drauf, wir geben uns jetzt den Song, 4 fucking Produzenten sind am Start, das war die erste Reaction zu CB7, Alter, los geht's. Nach folgenden Szenen dienen ausschließlich dem Zweck der Unterhaltung. Okay. Capital Bra, Distan zieht sich von jeglicher Form der Gewaltdrogen oder Kriminalverherrlichung. Die Idee zur Visualisierung stammt von Heiko Hammer. What the fuck, was erwartet uns? Wir wissen schon mal, Video ist auf jeden Fall, Videoproduzent ist Heiko Hammer. Aber wenn Capital so eine Warnung reinmacht, dann kann das ja nur krank werden. Okay. Ehemann Delbratan muss auch mal auf die Kacke hauen. Du weißt Bescheid, Berlin lebt bra. Nein, da hätte ich stehen müssen, du weißt Bescheid, Berlin lebt bra. Ja, ja, bra. Was geht da bra? Berlin lebt, je bab. Du weißt Bescheid. Okay, jetzt geht's richtig los. Das Video, bin ich unnormal Hype drauf. Schreibt mal rein, was ist euer Lieblings-CB7-Song? Euer absoluter Favorit-Song, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, ballert, schreibt die 2-3 Songs, die ihr am meisten feiert von dem Album. Was ist das für ein Video? Was erwartet uns da? Er hat, er fährt weg vom Polizei, dicke, diese Sound-Effekte gerade, die waren unnormal nice. Boah, Junge, wie heftig das ist, Alter. Das Video sieht schon mal fresh aus, sieht sehr fresh aus. Was ist das, Digger? Junge, what the fuck, was ist da ein Hit? Äh? Okay. Was geht da ab, Bruder? Was ist das für ein Video? Der Bratan hat's gesagt. Gucci Cappy Tief, Boxer Schnitt ist out. Weiter geht's. Oh, Junge, das hab ich auch schon bei der ersten Reaction. Falls ihr sehen wollt, wie ich das erste Mal auf den Song reagiert hab, checkt einfach auf meinem Kanal ab. Einfach schreiben meinen Namen, Makarov Komplex 2 Reaction, da seht ihr, als ich zum ersten Mal nur auf die Musik reagiert hab. Boah, Junge, von diesen aggressiven Draufgänger-Songs ist auf jeden Fall mein Favorit. Ist auf jeden Fall mein Favorit, Digger. Das geht unnormal ab. Diese Hook gibt mir so Kraft. Ich kann diese Hook, ich kann diesen Song nicht im Auto pumpen, weil wenn ich diesen Song im Auto pumpe, fahr ich bei 50er Zone 200. Boah, Junge, das erwarte ich. Okay, ich muss ein bisschen zurückspulen. Äh, so geh ich mal hin. Junge, ich hab, was hab ich da für einen Blick erwischt, Alter. Boah, ich hab von nachts, du pensst, auf einmal so einen Blick, guck dich an. Ach, du Scheiße. Digger, dieses Video ist krank. Dass ich Spaß mache, flüchte in der A-Klasse. Bra-Musik, fick alles aus Prinzip. Bra, ich mach Profit. Roll im Langbo-Anthra zieht. Ja, der Bra hat Appetit. Hey, Stili, Kaffa, Herro. Bitch, Raffa, Hello, Gucci, Kaffa, Hello. Ich bin Ukrainer, ich doch keine Grüße. Boah, Junge, wie ich das fühle. Ich fah, mit diesen Sound-Effekten gerade noch im Video, geil. Sehr, sehr stark, Alter, sehr, sehr nice. Ich muss sagen, den Song finde ich sehr krass von aggressiven Richtung. Aber auch, ich muss sagen, den Song mit Nico Santos fand ich auch nice. Also, es sind sehr, sehr viele. Ich kann jetzt nicht alles aufzählen. Sehr, sehr viele CP7-Songs, die ich sehr nice finde. Boah, Digga, die Hook fühle ich am meisten, Digga. Digga, fuck, ich kann hier nirgendwo pausieren. Hier, okay. Junge, wie sieht das aus? Auf jeden Fall, muss ich auch sagen, der Song mit Nemo, vor allem Kapi Nemo Part fand ich sehr nice. Nemo, Summer Jamsen auf dem Song. Auch ein krasser Song, Alter. Okay, egal, ich lasse einfach hier weiterlaufen. Boah, Junge, das Video ist so verstörend, aggressiv, perfekt, passend zur Musik. Ich habe einfach gereimt, Alter, obwohl ich das nicht wollte. Ja, man, das war auch bei der Streaming-Version und so, ne? Ihr wolltet alten Kapi hier, wenn ich will, ist jetzt der alte Kapi. Wenn ich will, ist morgen der neue Kapi. Ich mache das, was ich will. Ich liefe ab. So läuft es hier, Digga, so läuft es hier. Nice. Ich muss sagen, CB6 hat mir schon unnormal gefallen. Haben wir auch auf alle Lieder reagiert. CB7 haben wir auf alle Lieder reagiert. Es wird komplett wieder abgeliefert, das ganze Album. Sehr, sehr stark. Ich mache noch for free Werbung für den Bratan. Checkt auf jeden Fall seinen Merch ab. So, eigentlich hat es gar nicht nötig, aber ich mache einfach. Bratan, Bratinas, ihr wisst Bescheid. Das war meine Reaction zu Makarov Komplex 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Da abonniert den Kanal, um in Zukunft nichts mehr zu passen. Schreibt mir rein, was euer Favorit CB7-Song macht. Macht's gut, haut rein und ciao.